Wir haben uns zum Vorstellen ganz lecker hier unseren Dunk Curry. Da haben wir den Rudi, der hat das gekocht. Sag mal ganz kurz deine drei Geheimzutaten. Unsere geheimen Zutaten sind Pannzucker, Erdnüsse und Zitronengras habe ich jetzt. Da sind so viele Sachen drin. Die kann man sich fast nicht immer alle merken. Okay, super, danke. Danke. Genau, einfach mal durchfolgen. Jetzt schauen wir hinter, mein absoluter Favorit hier ist die Kartoffelwaffel. Wir haben hier unsere Odenwälder Kartoffelkönigin von früher. Genau, haben wir den Bernd hier, der macht auch die leckeren Kartoffelwaffeln. Hier gibt es einmal hier mit Speck und dann gibt es nochmal die Variante ohne. Und kann man doch empfehlen, oder? Was lecker ist. Auf jeden Fall, Kartoffeln kann man immer empfehlen. Genau, heute draußen auf der Terrasse mit etwas Kühlen, absolut perfekt.